Was wenn du einfach A gedrückt hältst und drüber läufst? Ja. Ich wollte fliegen. So. Oh, doch nicht! Ein bisschen zweit. Leiten. Einmal Kurve machen. Nein! Das ist ne Leiter. Umgekehrt. Das war auch wie ne Leiter. Um da rum zu kommen. Batman. Batman nimmt keine Leiter. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet. Ja. Offensichtlich. Geschenkt XP. Ja. Schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, ich bin es. Edward Nygma. Der Riddler. Und viel wichtiger. Dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Portrait. Oh mein Gott, so schwer. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Yay. Ah, okay. Hier gibt es wohl noch einen ganzen Haufen zu erledigen. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Hier drüben! Äh, jo. Äh, ich bin jetzt wieder unten. Okay! Ist ganz unten angekommen. Bist du wieder? Gerne. Bitteschön. Dankeschön. Wappenberg. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war abschauen. So ist das also. Flieh aus der Intensivbehandlung zur Oberfläche der Insel. Achso, Tür öffnen. Das kann Batman. Äh, Batman kann das. Du weißt nichts über Gotham Jack. Stell dich beim herausfilmen. Was? Ich hab's nicht weggeklickt, versprochen. Ja, ja, das geht sehr schnell weg. Das sind halt die Hinweise für die arealen Finsel für The Ripper. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor zwei Minuten hat Joker allen Sender diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme, eures neuen Herrn. Oh, warte. Oh, du bist schon richtig, woher lang wolltest du? Ich wollte nur, dass die Bühne hier besser zu hören ist. Hier ist Joker! Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn ihr irgendwelche Gesetze hinterher wach oder wo man sich nicht mehr wach oder wo man sich nicht mehr wach und wo man sich nicht mehr wach oder wo man sich nicht mehr wach Ich dachte, hier in die Richtung, ne, von da komm ich. Oder, mhm, von da kommst du. Shit! Wo wird es sein? In einem Kinderkarten, in einem Krankenhaus, in einer Milliardärsführer, alles ist weg! Alles ist möglich, Montag. Ja, genau. Ja. Dann mach mal auf, hier, ne? Auf, 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 auf. Boah, die Mutter. Voll 3D. Voll 3D. Voll 3D. Voll 3D. Voll krass. Voll krass und so. Ja. 3D-Brille macht sogar real-life 3D. Ne, Schwachmann, Schwachmann, 3D-Brille. Der macht auch 3D-Brille. Sichere Belieftungsabdeckung. Ah, ja, jetzt kommt der Teil. Was? Ich hab mal in einen LP reingeschaut. Oh. Ich bin jetzt voll der Pro in dem Spiel. Mhm. So. Von wegen mir. Äh. Ist das nicht ein schöner Ausblick? Das Gelände ist einfach wunderschön. Total. Born free. Ähm. Frei geboren. Was denn? Sind die das Wächter oder sind das? Das sind Wächter. Das ist nicht so cool. Nichts ist cool. Joker ist unberechenbar. Seien Sie wachsam. Ja? Glaubst du, er kommt da lang? Wir müssen uns nicht alles anhören, was uns der Joker zu sagen hat. Sonst würde das LP 10 Jahre dauern. Ja. Oder länger. Ja. Wenn du während dem Fliegen übrigens... Warnung, Badmobil, Sensorenalarm! Oracle, setze das Badmobil-Abwehrmaßnahmen-System außer Kraft. Ich hab den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Badmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich hab dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos hab ich markiert. Danke, Oracle. Cool. Da ist mein Auto. Da ist dein Auto. Ach, da. So komm ich nach. Okay, okay. Ab hin, oder? Brickdick. 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 Und? Ah, nee, halt. Ah, nee, halt. Ich hab, äh, vergiss es. Okay. Hm, what? Krankenwagen. Ah, das halt. Aha. So was sprechen, ja. Und sie haben's nie bemerkt. Ist ein bisschen unlogisch, aber. Hey. Details. Was? Das ist der eine, der das nicht mitbekommen hat. Achso. Naja. Haben man so schon vertreten, ne? Haben man schon vertreten, wenn man will. Wenn man will, ja. Tweedledee und Tweedledum sagen, das kannst du jetzt sehen. Die ganze Insta steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs, was Tedes. Sie gehört mir, 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 mir. Wartet nur, bis ihr meine Pläne für diesen Ort gesehen. Es wird fantastisch. Hast du jetzt gleich Tritt gemacht? Ja. Okay. Jetzt für Y hätte ich dir vorgeschlagen bei ihm, aber. Okay. Ich beschütze das Badmobil. Mmh, chill. Hat mir gut gefallen. Vorrat an Explosiv gegen den Kofferraum des Badmobils. Hm, wo ist der Kofferraum? Ich, hm. Oh, wo ist der Kofferraum? Hm. Ja, hinten passt schon. Hat einfach die Turbino hochgeklappt. Oh ja, das Ding ist nützlich. Explosionen können umstehende verletzen. Ist okay. Ist okay. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Badmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Ja, schon läuft es aus Gordons Preife. Farbera hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Ah, muss jetzt gedrückt haben. Komm. Er lebt Barbara. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu schlossen. Was gibt es denn für einen anderen Weg? Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Ah, LT. Genau. Und RT zum Sprühen. Und RB zum Zünden, aber bitte nicht. Jetzt reicht schon. Ja, also. Nice upgrade verfügbar. Achso, haben wir jetzt schon. Was? Nein, es gibt einen Upgrade, das du benutzen kannst, wie du siehst. Es existiert einst, es ist richtig. Es wurde existent gemacht, es zählt darauf, dass du seine Arbeit findest. Oh. 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 Hier haben wir noch was zum Ding, oder da fehlt uns wieder. Ja. Ein Duhl. Ja. Da ist die... Spur wieder. Ich laus übrigens keine Gegner. Oder doch? Ah. Ich weiß nicht, ob die dich angreifen. Nee. Er ist hier! Ich will nur alle wissen lassen, dass ich eure Handarbeit wirklich fettze. So, musst du dann... Euch ums zuzuschauen, wie sieht bei mir zu Hause meine Lieblingsbild anzuschauen. Wie heißt der nochmal? Ach ja! Angefähr dummend! Fünferhaften Idioten, die keinen Türen finden können, dass ich als Schledermaus verkleidet! Und jetzt weiter! Wo willst du? Das ist das eine, wo du noch nicht gescannt. Aber das muss doch nicht alles gescannt werden. Ist doch nur die... So viel besser. Ohhhh. So viel besser. Ja, da sind auch der Gegner. Detektivmodus ausschalten. Ja, eigentlich kann man da... Könnte man da. Nein, den kannst du nicht gleiten. Das hat gerade deine Kombo versaut. Sehr gut. Luca ist ganz konzentriert. Tut mir leid. Wenn ich nicht getroffen werde, würde ich sehen, kann es nicht gehen. Ja, geht schon. Und kommen versaut. Ah, waaah! Wow! Alter, fliegt immer durch die Gegend an einer gewissen Kombozahl. Das ist einfach der Burner. Das soll jetzt alle Gebisse hier noch kaputt machen. Das sind 3 EP. Ja. 3 XP. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin viel Spaß und viel Vergnügen und der Loger. Ich bin Badman. Ja. Vielen Dank.